Hallöchen ihr Lieben, heute ist mal wieder ein Farbentag und ja, ich mache gerade hier schon die Haie sauber, weil die Haie, die sich sehr eingesaut hat. Aber es geht erstaunlich gut raus und ja, mal wieder mit Lotta. Ich heute in Gelb, in so einem Senfgelb und Lotta in Grün und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir sitzen jetzt auf dem Pferd, natürlich passend hier alles in Gelb und die Lotta alles in Grün und natürlich sind die Herbstfarben auch hier ganz passend, passt richtig gut, nicht? Ja und wir werden uns jetzt ein bisschen warm reiten und dann traben und eventuell galoppieren, weil der Boden ist ziemlich rutschig und wir wissen halt noch nicht, ob das so gut ist und so, müssen wir gucken, wenn wir getrabt sind und genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen gerade noch mal eine Runde ab, weil Heidi und Nuri noch ein bisschen gepumpt haben. Lotta sitzt noch auf Nuri drauf, weil sie ist gerade ja noch mal schön galoppiert. Ja, Heidi war sehr wild heute, deswegen habe ich etwas früher Schluss gemacht und ja, genau. Wir gehen jetzt noch ab und dann werden wir die Pferde rausstellen bzw. in die Box stellen und genau. Wir gehen jetzt mal. Ja, wir gehen jetzt mal. Ja, wir gehen jetzt mal. Vielen Dank.